Ich fick auf Rapper, die meinen, sie würden Hype generieren, indem man einen Gutschein für Adi das an die Kids vergibt. Gute Taktik, so kann keiner verlieren und die Cypher wird leider zur Charitas für Insta-Jeeves. Tut mir leid, doch ich verkenne den Hypen, was wir MW2 unterstellen. Hab schon verstanden, dass ihr Gangster seid, aber hiernach weiß auch keiner mehr, wer du bist.